In der Nähe treiben sich Gegner rum. Da ist ein Zicario. Direkt am Reifen stapeln. Setze Drohne ein. Ab noch ein, Tango. Tango Nummer 3. Markiere ein Tango einheimisch in der Nähe. Hey, Kartellschütze! Dicht bei der hässlichen Kippe. Tango ist tot. Ganz vorsichtig. Roger. Gegner getroffen. Die Kerle sind markiert. Ich warte auf dich, Boss. first. Jake Schwerfer imtext, Boss Davilde. ля wie geht es nun. Spider ist zum Jason. Das Spiegel kam die Hände. Die Bedeutung war eine riesige Karte. Ich hab den Hand um Videos seitku. Das kann man diesem Karte bringen. Tja post, es kommt die Geräte dabei, WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Oh, Scheiße! Jemand feiert Kinseahnius! Ich liebe eine gute Kinseiniere! Die Kinse sind immer so schüchtern und verlegen, weil sie Veränderungen durchmachen, die Hormone wie den Kalaschnik aufballern und in den komischen Stellen anwachsen. Das ist eine richtig tolle Zeit! Eine ganz tolle Zeit! Und macht dir keinen Stress gegen den Kleinschika! Es sieht bestimmt klasse aus! So, halt bevor sie dich entdecken. Ist wohl einer unserer älteren Hörer, was? Feliz Komplett Janus! Alle, die ihr heute gefustet habt, trinkt einen auf euren DJ Perico, weil er auch einen auf euch trägt! Der nächste Song ist nur für euch! Wieder ein Jahr über der Erde geschafft! Das ist immer ein Grund zu feiern! Vorsicht, Sicario mit einer Maschinenpistole! Ganz dicht beim Heli! Ziel markiert, behalt sein Umfeld im Auge! Hier ist ein Sicario, dicht bei dem Heli! Tango ist markiert! Tango ist markiert! Hinwelleitschaft! Roger, T markiert! Tango getroffen! again, enthalten aus aber Der Tango ist tot. Wunder sonst wirst du entdeckt. Das ist ein Treffer. Los. Verstanden. Das ist einer mit Maschinenpisten. Das war's mit ihm. Hey, wir haben einen Narko. Sag mir, wo? Beim Reifenstapel. Ich bin gerade alt genug, um zu akzeptieren, dass ich nicht mehr jung bin. Jugend ist ein Gefühl, das ich nie mehr empfinden werde. Ich glaube, dass ich nicht stark sein und länger als die Berge stehen werde. Dass ich unaufhaltsam bin. Irgendwie hat das Alter den Weg in meinen Körper, in meine Knochen und Muskeln gefunden. Doch ihr, meine Brüder, meine Sicarius, ihr habt ihn noch, den Wahnsinn der Jugend. Und er schätzt ihn nicht. Ich kenne den Standort einer Kartellantenne. Die sollten wir demnächst abschalten. Versucht, ihre Grenze zu erweitern. Ihr glaubt immer noch, dass ihr alles erreichen könnt. Und ich sage euch, zu eurem Wohl und zum Wohl von Santa Blancas müsst ihr es versuchen. Es gibt viel zu tun im Leben. Fangt jetzt an, solange die Torheit der Jugend in euren Adern kreist und bevor Santissima Muerte euch holt. Das Santa Blanca-Kartell macht große Fortschritte, die Rebellengefahr auszulöschen. Aber das schadet ihr nicht allein. Es ist die Insulte der Baccatari und seinen Rebellen. Autodefensern sollen aus den Armen und die Kontrolle in die Hände der Bauern legen. Aber Baccatari lügt. Männer wie er machen Versprechen, verbreiten Hoffnung. Aber sie wollen nur Macht. Kontrolle! Wir haben das schon auf dem ganzen Kontinent gesehen. Aber Santa Blanca hat euch unser Schicksal als Individuum in die eigenen Hände... Tango ist markiert. Bin bereit. Seht mal da, Waffenkiste. Biss auch, Navanda! Keine Parteien zählen euch, wie ihr Leben müsst. Wir haben in Bolivien investiert und Jobs geschafft. Eure Leben verbessert. Aber Baccatari und seine Rebellen bedrohen die Sicherheit dieses Lebens. Pitches Lobos, Isparasados, Ovejas. Wir tun unsere Zeit, aber ihr müsst eurem auch leisten. Unterstützt Baccatari und die Rebellen nicht. Meldet Rebellenaktionen direkt an Santa Blanca. Prontos! Zurück mit dir, sie werden dich sehen. Tango getötetet. Absolut. Abschoss. Ich seh einen Hauptmann. Tango ist tot. Ganz vorsichtig. Wir wissen jetzt, wo die Garage ist, in der Polito seinen Sportwagen parkt. Wir holen ihn uns, mitsamt Navi. Vielleicht erfahren wir ja, wo er und seine Freundin stecken. Untertitelung des ZDF, 2020 Das serviría para acabar con esos malparidos. Alledem reden eure Politiker, ausländische Rechte und die Medien des Mainstreams schlecht über uns. Sie nennen uns Kriminelle und Mörder, sogar Terroristen. Yustedes, saben la verdad. Doch seht euch eure Städte unterfahren. Fakt ist, seid Santa Blanca in der Welt. Wir gehen die Verbrechensrate zurück, wenn man von dem Ärger absieht, den die Rebellen machen. Gewaltverbrechen, Diebstahl, Vergewaltigung. All das gehört beinahe der Vergangenheit an. Vor Santa Blanca mussten die Bemörder und Vergewaltiger eurer korrupte Polizei nur eine kleine Gebühr zahlen. Dann wurden sie freigelassen. Doch wo Santa Blanca ist, gibt es keine Zuflucht für solche Kriminellen. Wir bestrafen sie, wenn es die Polizei nicht tut. Wenn ihr Gerechtigkeit braucht und euch Richter und Politiker im Stich lassen. Wenn ihr niemanden habt, an den ihr euch wenden könnt, kommt zu uns. Wir sind für euch da. Esta ist unsere Mission. Oh Lavanda, DJ Panico hier. Absolut. Die Ein Problem mit deinem Nachbarn, das ihr zwei einfach nicht lösen könnt ... Wurgenwo hier müssen wir Informationen finden können, mit dem ihr geschämt im Und das nennt ihr Einheit. Bleibt zusammen. Ich fliege. Das Versorgungsflugzeug ist betankt und startklar. Fliegen wir es zu den Rebellen. Das hört wieder an. Gegner tot. Scheiße, wir wurden entdeckt. Geschafft. Alle noch ganz? Ja. Ja. Wir können uns später danken. Auf diesem Orden ist eine Coca-Pflanze. Ziemlich cool. Ja. 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 Und dass die Plumazos von Neesa kommen wird. Das war's mit ihm. Wir kommen genau auf uns zu. Ideen, Boss? Ich sehe das Ziel. Kann loslegen. Fuck! Greife an! Ich sehe das. Ich sehe das. Entdeckung, bitte. Unten bleiben. Bin gleich da. Warum hat das so lange gedauert? Okay, die Luft ist rein. Ich sehe das. Ich sehe das so lange gedauert. Okay. Und ihn verleiht? Und ihn verleiht?